Ja, da brauchst du den Crossbow auch nicht mehr nehmen, du Arschloch! Kannst du auch mit der SMG zu Ende bringen, Alter. Wie ist du denn, ey? Der SMG auf den Boden legen und dann so tun, als hättest du mich mit dem Crossbow erlegt, oder was? Junge, Junge. Sago ist größer König, so sieht's aus. Unglaublich, Alter. Ich glaube, es hackt, ey. Weißt du, schön im Waggon gehockt, nur gewartet, dass ich dran vorbeilaufe. Was ist denn sowas, ey? Wo ist denn der Crossbow noch raus, ey? Eskalation! Seine. Seine. Ey 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 ey. also schlimm ist eigentlich nur die blaue karte ich war noch überlegen ob ich sie auch da reinpacke ich habe auch keinen bock jetzt eine neue baukarte zu holen und 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das knistert ja ein bisschen. Ich wollte mal gucken, aber ich denke nicht, dass er noch hier rumpömmelt. Das ist eine Waffenkiste. Blau, blau, blau. Ich weiß nicht, was der Zombie hier mittendrin sucht. Oh, wir können dann mal make it cool. Oh, guck mal, was ist hier denn so? Juhu, ey. Gut. Machen wir eben den blauen hier. Dann werden wir gleich wissen, ob er noch hier ist. Da siehst du uns gar nicht, oder? Picken, 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 picken. Picken, picken, picken. Wie schnell die blauen noch nachspawnen. Geh doch einfach weg, Alter. Geh doch einfach weg. Waffenkisten. Waffenkisten. Immer wieder erquickend. Blau, blau, blau. Geh doch runter. Schießt ja echt vor den Waggon, Mann. Da war ein bisschen doof, Alter. Naja, ohne blaue Karte geht hier nicht weh, ne? Ich kann da drüben nochmal gucken. Ich kann da drüben. Ich kann da drüben. Ich kann da drüben. Oh. Inward Alte. Nee, das sind keine Waffenfallen. Rutswad ist ja nicht so schlecht. Das mag so aussehen, aber die Blaumänner lassen keine Waffen ziehen. Was ist denn los hier? Rutswand auf Rutswand. Nimm mich erschrocken. Ja, ich bin auf jeden Fall hier. Hm? Picken. Picken, 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 picken. Komm, do it. Die Spitze ist ja nicht schlecht. Werner, guten Abend. Alles frisch. Ihr seid super nervig, Alter. Ich hoffe, das ist dir bewusst. Alter, dann komm doch her! Ja. Die Pfeife, Alter. Super, jetzt hab ich auch nichts mehr geladen. Kommt schon der nächste, ey. Junge, 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 Junge. Boah, die Nägel zu looten ist mega. Verdammt ja auch nicht, ey. Jajaja. Alles Tote, ja, das hört man auch gerne. So, kann ich jetzt endlich mal mein Versteck, oder? Ich muss ja gar nicht, das ist ein Mitspieler, der Mist. Aus der Entfernung, oder was willst du mit der Schutte schießen, Alter? Ja, sind doch nervig. Was hat sich denn da ne Burg gebaut, Alter? Leute, ihr habt zu viel Zeit in eurem Leben. Krass. Ja, komm. Spack jetzt nicht rum hier. So, Verstecke. Ich hasse sie einfach. Ich hasse sie. So, Banane. Ganz ehrlich. So, jetzt muss ich den Mist erstmal irgendwie nach Hause kriegen. Und ja, Bennett Camp ist eh nebenan, also. Und ich weiß immer noch nicht, wo ich jetzt hinbauen soll. Ich muss ja auch mal irgendwie was bauen. Ich würde sagen, wir nehmen gleich einfach mal ein Heli. Und beschaffen uns mal einen Überblick. Wo überhaupt noch was frei ist. Haben wir eigentlich noch die Message an, wenn das Cargo kommt? Haben wir ja. Das ist sehr gut. Da werde ich mir auf jeden Fall jetzt erstmal ne Piste gönnen. Die Muni lernen. Bisschen Muni machen. Und dann können wir uns gleich auf dem Cargo treffen. Ist gar kein Problem. Da haben wir keinen Stream sniped, ist alles gut. Wer ist das hier? Komm, Mara, du weißt das sowieso. Jut, 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 jut. 500, Alter, da fühl ich mich zu geizig aktuell. Ja, was ist das hier? Picken Alarm hier wieder. Das ist auch 250 mal 125. Ich weiß noch nicht, ob ich irgendwie so eskaliere beim Bauen. Dann müssten wir es auf jeden Fall haben. Ich hol's Wand gelernt. Ich gehöre eher drauf, ey. Aber ohne Waffe. 800, Waffe kostet 250. Alter, was ist denn los mit den Nägeln schon wieder hier? Ähm, ja. Lass mal, eine hier. Tja. Danke. Danke, ist kacke, wo? Hör doch auf. Du hast keine Ahnung, wer wo wohnt. Das sind ja ganz neue Töne. Ja, das sag ich recht, Bernhard. Ich fange immer so ganz klein an und dann denke ich mir, naja, hm. Ich kann's, ich krieg's nicht raus. Ich krieg's nicht raus. Deswegen muss ich hier auch einen Bauplatz haben, der, der bisschen Spielraum bietet. Und das ist nicht so einfach zu finden hier, wenn man so spät hier erst anfängt mit irgendwelchen Baugedöns. So eine kleine Map. Aber wir gucken gleich mal. Ich mach ja, versuch den AirDrop jetzt. Dann geh ich, je nachdem, wie's läuft, Bandit-Camp kurz, wo eine Waffe packt die rein. Falls dann Cargo kommt, machen wir mal, versuchen mal Cargo. Und ansonsten mach ich gleich mal einen kleinen Heli-Flug. Sonst mach ich mal einen Überblick verschaffen, wo noch irgendwo was frei ist. Jo, das ist so der Plan. Ist das schon wieder abkommen, geschlossen, oder was? Guck, wie viele Ressourcen hier liegen, Alter. Du musst eigentlich nur einen Jackhammer holen. Junge, Junge. Können wir uns hier noch einen Doppelläufige gönnen. Müssen wir mal gucken. Gucken wir erstmal hier, der ist ja hier am Arsch der Welt. Obwohl, da hinten, obwohl, das war wahrscheinlich nur ein Scientist. Würde ich eigentlich gerne leben lassen, die Scientist. Das ist ein gutes Alarmzeichen. Ach, der Query ist das. Was ist das denn da? Hm. Dauert halt noch wieder 200 Jahre, bis er unten ist. Posi ist hier echt für den Arsch. Ich glaube, ich muss den einen hier weg machen. Genau. Genau. Ach, das ist das. Ich glaube, ich bekomme einen hier. Ich glaube, ich hab mich nicht mehr da. Aber das ist das, ich Said oh, vielen Dank. Und danke. Ich glaube, ich nicht mehr, du bist das. Ich glaube, ich frage mal einfach mal. Aber das ist eigentlich nicht mehr behind-de предложit. Ich glaube, es ist nicht mehr und habe ich auch für eine gute Frage. Ich glaube, es ist dann aber auch für einen Weg. Ich glaube, ich bin da. Ich glaube, es ist das. Ich glaube, ich denke, das ist, oder? Die machen mächtig Aua, die Jungs. Ja komm, du brauchst ja nur noch einen Hit, Alter. Der noch bis unten, ey. Ohne Scheiß, Alter. Die verfickten blauen Arschgesichter, Alter. Mann, 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 ey. Es lief so gut, ich hätte sie halt einfach nicht anschießen sollen. Hätt sie mir echt knicken sollen, Alter. Ey, ohne eine Schusswaffe ist das echt... Du kannst das echt knicken, wenn du... so eine Wurst bist. Das ist einfach so. Soll ich noch nicht mal, dass wir hier irgendwo im verkackten Bogen liegen? Ja, ich bin ja... Was ist denn? Was ist denn das? Ich muss gar nicht da kreisen, Junge. Da gibt's die Nase, da sind sie dran drauf. Hab ich ja schon grad. Jetzt mit dem Bo gegen die alten Blauen, Alter. Ich hab keine Ahnung was da war. Da unten ist ein Blauer. Ich glaub das war hier oben irgendwo. Boah, was hier rumliegt, ist doch nicht normal. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich eigentlich so runtergelaufen bin. Okay, da ist der Query. Muss hier weiter rüber sein. Links unten. Ich denke auch. Ja. Da, 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 da. So. Da liegt er. Da liegt sie, die Olle. So, jetzt machen wir das ganz professionell. Und hier hab ich Spritzen gehabt, Alter. Komplett vernagelt. Jetzt kommt gleich der Heli und macht mich viel gerne. Okay, das ist schon mal der andere Pfeifenkopf hier. Alter Heli, du gehst mir am meisten auf den Nüsse hier in dem Spiel. Jetzt bist du da hinten gerannt. Wo ist er hin? Wo ist überhaupt der Airdrop? Okay. Alter, du kannst durch die, durch die Wände hier schießen, ne? Na, Sauerstoff. Mein Gott, ey. Joi, joi. Na ja, du bist. Na ja, do it. Da läuft der andere Ballon. Du bist ein Zombie, ja? Was machst du denn hier? Komm mit den Pfeilen einfach besser klar. Ich weiß nicht, warum ich diese High-Fillos die Scheiße unbedingt spielen muss. Na ja, Revolver ist doch schon mal ne Ansage. Da können wir mit arbeiten. Ja, die Thompson, ja. Weiß auch nicht. Ich hab mich immer SMG mehr gefreut. Aber da müssen wir in der Thompson spielen. Wenn wir sie nach Hause kriegen. Nützt ja alle nix. Also hinten werden auf jeden Fall jede Menge Resis. Das können wir uns schon mal merken. Eine Bohendosengranate hätten wir auch noch. Wahnsinn. Naja, es gibt schon schlechtere Erdrucks. Das stimmt schon. Ist immer noch nicht bebaut der See oder was? Ich hab jetzt gar nicht drauf geachtet. Wundert mich ein bisschen. Keiner Bock auf Schnee, oder? Ja, wenn der See nicht bebaut ist, ist es auf jeden Fall ne gute Location. Wie gesagt, die Map ist so klein eigentlich. Es ist komplett wurscht, wo du dich eben baust. Ist halt so ne alten Heli. Selbst wenn du den nicht fliegen kannst, kommst du da irgendwie ein paar Meter mit weit. Dann springst du dann raus. Dann komm nicht, dass er die noch als Waffe anzählst. Ich muss ja Daniel aber auch schon wieder ein bisschen gespielt haben. Wenn ich das sehe, dass das alles aus Metall ist, Hut ab. Dann komm jetzt mal. 10 10 10 10 10 10 Aller, das war die Tür. Ich muss bauen, es nützt nix. Ich muss eine Werkbank 2 bauen. Naja, 75. Komm, scheiß. Den kann ich wenigstens bauen. Besser wie gar nix, ne? Ah, da baue ich zwei oder was? Wurde nur einen bauen. Alles gut. Fängt jetzt schon an, dass mir Kohle fehlt, oder was? Hammer. Hammer, hammer hart. Hammer, hammer hart. Ja, Shotgunswaps haben wir auf jeden Fall am Stehsaal. Der Mist kann weg. Ernst. puterger Dein. Der Mist. Der Mist. die wahnsinnig mit den Kissen, ey. Mann, oh Mann, ey. Der Hedi ist auch gar nicht nervig, Knochen haben wir auch nicht, sauber. Oh, ey, ey, ey. Ich muss jetzt einen Bauplatz suchen, das nützt nichts, ich wird hier, ihr seht es ja selber, das geht hat gar nichts irgendwo rein. Da könnte ich mal noch ein bisschen Eisen reinballern, wenn ich... Ein bisschen was haben wir. So. Gut, ist eh nacht, ne? Ich muss auf jeden Fall mal eine Picke mitnehmen. Das ist sinnig. So. 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 Vielen Dank.